Hallo Leute, heute kommt der nächste Part von... Wir gehen jetzt in die Toilette. Es gehts. Es war kein Geil. Es ist am Tod gewesen. Ich habe etwas wirkliches ins Klo fallen lassen. Es war keine Absicht. Nicht mein Problem, nein. Sorg dich nicht darum. Oh, dann kümmerst du dich auch. Oh, bist nicht mehr mein Problem. Schließlich bist du ja auch Luigi. Wie auch der Kämpfer, das ist so scheiße. Ja, ist ja nicht mehr mein Problem. Wenn du das in die Hand gibst, brauche ich ja keine Sorgen mehr. Sorgen mehr machen. Sorgen mehr zu machen. Auffall. Ach ja. Ist das schlecht. Das geht an, wenn er es gibt. Oh ja. Ja, ein Schlüssel. Super. Oh Gott, das ist kaputt. Ich glaube, das Spiel ist ja nicht mehr blind jetzt. Weil ich das schon mal gefällt habe. Na scheiß Trafik. Aber es wurde jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen reingekattet. Und so coole Szenen und so. Die nicht spoilern sollen. Aber das wird schon richtig geil. Ich glaube, das ist ja noch irgendwas. Dann gehen wir hier raus. Hm? 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 Schneller diesen Arschloch. Hm? 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 Was ist denn da? Was ist denn da? Boah, Gänse! Das Ding da rein! Kenn' mir mal! Was ersuchst du mich? Frag mir die Zucker! Oh Murmel, nein, nichts! Ich nehme keinerlei spirituelle... ...die Pat... ...die Pat... ...die Pat... ...hört er mich das? Äh... Was ersuchst du mich? Sag mir aber die Zukunft! Oh Murmel, nein, nichts! Ich nehme keinerlei spirituelle Vibrationen! Ich glaube, ich mach nur Scheiße, okay, jetzt! Also... Was ersuchst du mich? Sag mir die Zu... Hm? Na, Madame LeCaro! Verlorengegangene... ...Gegenstände ermöglichen mir... ...den Blick in die Zukunft! Besitzt du... ...andere Personen... ...und wir hören... ...meinen Geist! Du bist eins... ...wenn du verlorengegangen... ...Gegenstände findest... ...solltest du sie zu mir kommen... ...dann wirst du... ...zumme... ...ein Zeuge meiner... ...weiter... ...erreichenden... ...man... ...diss was' ... es kam nix... ...sag mir die Zukunft! Oh Murmel, Nani nichts, ich nehme kein Sp龜port und jetzt... ...und da geht's gar nicht weiter... Ida ist ein Geist! Nein? Die Welt kommt so gut. Sehe ich mal aus, die? Wer mit dir? Oh, was ist das? Was ist das? Was ist das denn? Ich hab das nicht gehalten. Es ist noch einer. Alter, Ida! Alter, lass uns... Du dummes Arsch! Ich hab das nicht gehalten. Ich hab das nicht gehalten. Vielleicht bist du mir so schlecht mit mir vor allem. Ich hab das nicht gehalten. So, ich hab das nicht gehalten. Oh, ich hab das nicht gehalten. Ich hab das nicht gehalten. Alter, zwei Stück! Nein? Da kommen wir? Oh, beide weg, zwei. Nein, nein, nein. Perfekt, okay. Dann gehen wir hier. Oh, Manno! Dummes Arschloch. Die Welt kommt mir, die Welt kommt mir. Ja. Nicht einer. Das ist gar nicht gehalten. Ich hab das nicht gehalten. Aber ich hab das nicht gehalten. Das ist gar nicht so. Wir haben das nicht gehalten. frage was hast du da guck mal auf die kamera ist ja das sollten wir mal näher eine feuer elementmünze die geister wirst du bist 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 du dich einer Wenn du sie auf andere Nähe hast, scheust du sie aufzurichten in die Luft. Das ist ja in die Hand. So ist das Beispiel, um sie aufzuziehen. Danach kannst du durch Drücken von L-Taste Feuerstöße abgeben. So kannst du Eis zum Schmelzen bringen. Kerzen, Anzug und so weiter und so fort. Sei erfinderisch und zünde die ganze Gruppe. Dann haben wir auch keine Probleme mit den Geistern. Eine Anzeige am unteren Bildschirmrand gibt Auskunft darüber, wieviel vom jeweiligen Element noch vorhanden ist. Ist einfach, oder? Durchaus möglich, dass sich manche Geister nur durch Einsatz des Feuers gewinnen lassen. Das solltest du nie vergessen, Junge. Du dummer Junge. Sag später bloß nicht. Ich hätte dich nicht gewarnt. Also Leute. Wir haben die Folgen. Oh, wir sind gleich. Oder? Oh, das ist ein Scheiß. Oh, das ist ein Scheiß. Oh, das ist ein Scheiß. Ich habe mich da oben an. Oh, ich habe das auch gefühlt. Okay, auch gefühlt worden. Oh, das ist ein Scheiß. Oh, ich habe das auch gefühlt. Okay, auch gefühlt worden. Death Das ist ein Teil Oh, das ist ein Teufel Alles klar, gut zu Das ist brennt die einen rein wo ist es hoch? runter? Alter, ich hab das schon wieder anzwingen ich glaube ich hab nicht rausgebracht wie komm ich hier bitteschön jetzt raus Mario das ist ein perfekter bis zum nächsten Mal Leute und tschüss bis zum nächsten Mal